Aua, das ist ein tolles Team. Ich kenne die gar nicht. Ich habe dir jetzt einfach mal geholfen. Was willst du jetzt von mir, Alter? Geh weg. Wohnhäuser reingehen ist eigentlich gefährlich. Ich habe mir das erste Mal gestorben. Wirklich, ich bin das erste Mal im Wohnhaus gestorben. Kommt ihr mir nach? So ist der jetzt bei meinem Partner. Ich will keinen Partner haben. Ich habe einen Partner. Okay, hier sind zwei Zombies. Oh, einer. Und ich schieße genau daneben. Ich habe auch zwei. Zwei sind okay. Bam. In your face. Nachladen. Und jetzt habe ich nur noch... Und ich finde hier... Also hier ist... Ich was? Ein Schrank? Ja, der Schrank ist da. Der Schrank? Ich habe mich untersucht. Oh, guck mal hier. Wieder zwölf Schuss gefunden. Das ist gut. Irgendwas habe ich, glaube ich, geskillt oder habe ich... Komm, ist weg. Er ist wieder rausgegangen, weil er dachte, ich lasse ihn alleine. Wow, Alter. Okay, das war auch falsch gezielt. Das war gar nicht gezielt. Das ist Facebook, was mir eine Benachrichtigung gibt. Was ich gar nicht möchte... Was ist einfach mal hier passiert, obwohl man das ausstellt? Posta! Wir finden... Pasta ist für alle da. Guck mal, da ist er schon wieder. Willst du von mir? Mal hier reingehen. Oh, Schau. Einer ist dead. Was habe ich noch? Einmal noch in die Fresse, so. Welch ist er? Ich bin bestimmt nach oben gegangen. Ich kenne das gar nicht hier mit Lupen und so. Ja, ist okay. Ist doch okay, dass jemand beitreten möchte. Mann, Facebook, ey. Hashtag Profi, Hashtag. Keine Ahnung. Ich habe dich gesehen. Dafür kriegst du auch so einen Maul. Ich brauche eine andere Schlagwaffe mal. Das wäre echt cool. Ey, guck mal, hier ist er doch. Was geht? Bandages. So. Da krieg ich hier. Mein Full Injector. Aber kein Damaged. Das ist gut. Du hast keine Hände mehr. Du kannst mir nichts. So. Searchen wir mal den Schrank hier. Und finden Reifel Munition. Und er ist tot. Heule, er ist tot. Oder sieht er noch einen. Aber ich kann eine Bandage mal benutzen. Nehmen wir. Eurus Bleeding. Komm. So. 5 und 6 Ammonitionen. Nehmen wir mein Kollege. Die nehmen wir natürlich mit. Und gehen hier wieder raus. Und gehen hier hoch. Das ist schon ziemlich creepy, kann man sagen. Ich bin voll, Alter. Ich bin voll. Ich glaube, ich muss mal wieder was trinken. Wo finden Munition? Ne. Dann gehen wir wieder runter. Aber ich habe keinen goldenen Schlüssel gefunden. Eine Tür übersehen unten. Habe ich was zum Looten übersehen? Hier war ich drin. Ich habe alles durchgebootet. Ja. Hier unten in dieser Eingangstür war ich da schon drin. Ne, da steht nämlich noch einer. Jetzt mal durch. Er hat keinen Kopf mehr. So, Searching. Wir haben mal ein bisschen. Third. Okay. Kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche nur diesen goldenen Key oder den anderen Key. Small Key. Nehmen wir mit. Wie viel Geld haben wir? 85. Also ich habe keine Munition mehr. Ne? Ich habe nur noch 5 Schuss. Wenn hier ein Boss drin ist, ist Saddle Du. Ne, ist nur er drin. Erlebt nicht. Hier kriegt den goldenen Key. Dann können wir wieder hoch gehen. Was war das? Ähm. Können dann hier in den. Ich bin begeistert. 1, 2, 3, 4. Oh. Oh, da ist sogar ein richtig dicker. Alter, was bist du denn? Ne. Tschüss. Alter, ich habe keine Muni. Dafür habe ich keine Muni. Tut mir leid Leute. Tut mir echt leid. Ich muss die Muni besorgen. Guck mal, hier ist. Oh. Ein. Lappe. Blöde. 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 Mann. Geht da nicht hoch, Alter. Wer geht da halt? Ich komm mal Muni. Manchmal kriegt man auch nur Schrott Sachen. Ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was. ja ist okay wir wissen dass wir da sind so man muss jetzt mit der rechten hand lenken rechte hand ist gut ich wollte einen schluck kaffee trinken macht die charaktere durchlaufen man kann zum beispiel sowas verkaufen 63 dollar für 12 schuss muss der mal reinziehen zu machen das ist natürlich das beliebteste das bild und das 50 dollar einmal reinziehen das hier kannst du sie mir findet aber zwar gestern welche verkauft schüsse aber ich werde mir wohl auch erst mal also ich werde sie erst mal verkaufen man hat immer nur begrenzt inventar das kann ich auch das aufwerten kann wo haben wir denn hier schon wieder umgebaut accounts dash aber erstmal werden wir uns voll essen weil wir haben kaum noch energie und zwar gucken wir jetzt hier 450 erst mal schön dicke pasta rein ballern ja würde ich sagen und vielleicht noch mal kurz was kleines essen weiß oder ja fisch ist mir fisch aber beides 26 den park ich gleich in meinen wagen so benutze ich im moment nicht und da rein das park gleich mein auto und dann habe ich auch wieder zehn plätze frei echt sagen wir mal so ich habe natürlich so wie man mich kennt bin ich natürlich mit feuerzeug muss jetzt mal klein ich will ich will übersagen erst nicht für hätten geeignet würde ich jetzt mal so sagen so und zwar kann ich jetzt das und hab dann jetzt ein der menschen hier hast du den ich verkaufen kann weil ich jetzt einen injektor haben jetzt wenn ich auch an denen man kann sogar an die karriere angehen um den charakter anzugucken kann man auch hier reinkommen gerade hey er ist wieder da das geht eigentlich nur stumpf ist dann herlaufen und hoffen irgendwann level abzukriegen um sich eine neue waffe zu kaufen dafür brauche ich doch ein bisschen in drei dollar und ich habe post ich habe ja das hier verkauft das ist doch gut dann kann ich mir nämlich jetzt munition kaufen oder eine schrufe ich habe jetzt gerade munition verkauft wäre das blöd wenn ich mir jetzt wieder ACP 23 schuss ACP feuer 152 für 38 schuss alter da gehe ich doch lieber in die ersten gebiete rein also die leichten gebiete sozusagen so ein wohnhaus ist eigentlich sehr leicht wenn man das richtig anstellt dann kommt man da echt gut durch und auch wenn man keinen schuss mehr hat habe ich ja durch prügelt alter der flippt ja richtig aus du bist nicht tot weil du mich angegriffen hast schieß ich dir die rübe weg fertig aus alter alter eigentlich kann ich immer so ein ding essen ne aber bier ne macht auch noch water dazu behalten sie das mal ein bisschen kommt die jetzt auch immer her komm her schnucki du musst doch nicht gleich den kopf verlieren oh man man lebst du? glaub ich nicht hier hinten ist einer auch nicht ok dann können wir looten looten wir uns mal hier durch wir kriegen den alten key hier können wir ein skelett durchsuchen und kriegen eiskaffee ey was geht oh das sind zu viele weil ich glaub ich sollte das schaffen ich als profi in diesem genre survival action horror ah nicht getroffen jetzt kommt auch noch die olle und die alle will die olle will mir ans leder bam 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 vielleicht wenn du jetzt auch noch lebst ne nein du lebst nicht wer ist ey und ja ich hab keine munition mehr